Wälder, Moore, Auen, Flüsse, Seen und auch Stadtgrün. Überall dort, wo wir Natur stärken und schützen, dort arbeitet sie auch für uns. Sie bindet CO2 aus der Luft und sie speichert es langfristig. Sie hilft uns bei Wetterextremen als Wasserspeicher gegen die Dürre oder als Hochwasserschutz bei Starkregen oder auch als Kühlung bei Hitze. Gesunde Ökosysteme, sie sind unsere Lebensversicherung und sie sind unverzichtbar für eine artenreiche und vielfältige Tier- und Pflanzenwelt. Wir stärken und schützen Natur, damit sie uns schützen kann. Darum geht es beim Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz. Wir investieren 4 Milliarden Euro in eine widerstandsfähige Natur und damit in unsere Lebensgrundlagen, in unsere Zukunft. Eine gesunde Natur unterstützt uns gleich dreifach. Im Kampf gegen die Erderhitzung, gegen das Artenaussterben und sie puffert für uns die Folgen der Klimakrise ab.